Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial von Ampere Minecraft. Heute befassen wir uns mit dem Plugin LWC. Das Plugin ist zum Abschließen von Türen und Kisten und ja, man kann auch Öfen abschließen. Muss man halt selber entscheiden, was man alles abschließen kann und möchte. Ja, das Plugin bekommt man einfach wieder auf bucket.org. Get Plugins und gibt bei der Suche LWC ein. Man sieht auch direkt, es gibt nur ein einziges. Geht einfach drauf, klickt auf Download. Das habe ich jetzt auch direkt schon wieder gemacht, damit es schneller geht. Geht auch einfach wieder ein Download auf. Ja, hier findet man noch die Installation, die Kommandos, die Permissions. Eigentlich ist es ziemlich alles, was man braucht. Wir gehen mal direkt auf die Permissions, die brauchen wir gleich auch wieder. Ja, die Installation. Einfach wieder in den Plugins-Ordner das LWC-Plugin reinschieben. Den Server immer ganz gut starten, damit er das Plugin auch einliest. Man sieht doch, LWC ist geladen. Wir können den Server wieder stoppen und sehen einen neuen Ordner LWC. Diesmal brauchen wir hier nichts einstellen. Also man könnte hier in den einzelnen YML-Dateien wieder einiges möglicher einstellen. Auch mit MySQL-Datenbanken und allem möglichen braucht man aber so ziemlich überhaupt nichts daran ändern. Ist bei dem Plugin eigentlich alles perfekt eingestellt. Ja, was man machen muss, ist natürlich wieder in die Permissions gehen. Auf die jeweilige Welt gehen, für wer die Permissions haben will. Öffnen das Ganze wieder mit Notepad. Und gucken, was sagt in Permissions. Ja, hier ist es diesmal eigentlich extrem einfach. Wir brauchen nur diesen einen Befehl LWC Protect. Weil der Rest ist, ja, man kann verschiedene Inventare blocken, dass die gar nicht mehr in die Kiste reinlegbar sind. Wenn man zum Beispiel sagt, hier möchte nicht, dass irgendjemand Lava-Eimer bunkert. Oder ja, sowas in der Richtung. Und für Abmins und Modes, aber da Abmins ja wie immer den Stern haben, gibt es da eigentlich nichts, was man weiterhin beachten müsste. Ich gebe den Befehl jetzt einfach mal an die Stammspieler. Trag das wie immer zwischen den Apostrophs ein. Schließe das Ganze. Speicher es natürlich ab. Und wir können jetzt selber auch schon starten. Wir sehen, LWC ist wieder geladen. Keine Probleme dabei gehabt. Starten Minecraft. Gehen drauf. Und ja, Plugin scheint geladen. Ich habe jetzt gerade noch aus dem letzten Tutorial alles mögliche dabei. Brauchen wir jetzt natürlich nicht. Ich gebe mir jetzt einfach mal eine Kiste. So, wenn wir die jetzt hinstellen. Na, wo ist das Schloss? Da. Können wir mit C privat das LWC Plugin aktivieren. Er sagt dann, mach einen Linksklick auf den Block, den du protekten willst. Machen wir jetzt einfach mal. Okay, ich habe angeblich die Kiste schon registriert. Leicht mysteriös, aber okay. Auf jeden Fall kann jetzt die Person, die die Kiste für sich genommen hat, natürlich jederzeit reingucken. Alle anderen können nicht dran. Bekommen einfach gesagt, die Kiste ist durch LWC abgeschlossen. Und sehen nicht, was drin ist. Und sehen auch erstmal nicht, wem sie gehört, soweit ich weiß. Ja, bei einem Rechtsklick, bei einem Linksklick jetzt auf die Kiste sieht man auch immer sofort, dass die Kiste von euch ist. Okay, sieht man dann natürlich bei den anderen Kisten doch, wem sie gehören. Also wenn ihr jetzt auf die Kiste von irgendeinem Freund Linksklick machen würdet, seht ihr, dass die Kiste von ihm benutzt wird. Ja, mit Slash LWC bekommt ihr die Liste, was ihr alles machen könnt. Ihr könnt natürlich das Ganze auch mit anderen Leuten zuweisen. Also dass nicht nur eben nur ihr rankommt, sondern halt irgendein besonderer Freund auch. Da geht so ziemlich alles. Ja, dasselbe geht natürlich auch mit einer Tür. Da gebe ich mir gerade auch mal eine. Wenn ihr die hinstellt, sagt hier auch wieder C privat. Sagt wieder Linksklick. Du klickst drauf. Created the protection successfully. Und ihr seht bei dem Linksklick auf die Tür, dass sie von euch abgeschlossen wurde. Für die Kisten finde ich die Funktionen ganz nützlich. Da benutze ich sie selber auch sehr gerne. Bei Türen finde ich es ja eigentlich eher unpraktisch, weil ich öffne die Türen meistens mit Linksklick und wenn mich der Chat dann immer zuspammt, finde ich das irgendwie störend. Deshalb benutze ich für die Türen ein anderes Plugin. Und zwar benutze ich dafür WorldEdit bzw. WorldGuard. Aber da werden wir dann in den nächsten Tutorials noch zu kommen. Weil damit kann man ganze Regionen abschließen und ja, die Türen halt in dem Fall auch gleich mit. Ob man damit jetzt auch Kisten abschließen kann, weiß ich gerade gar nicht. Aber ja, ich glaube, es funktioniert auch. Ja, nochmal SlashLWC. Seht ihr auch Cremove. Das gibt es natürlich auch einfach nur wieder ein, wie bei C-Create. Dann sagt er Punch your Protection. Ihr klickt drauf und die Tür ist nicht mehr protected. Jeder könnte sie öffnen, könnte durchgehen und auch wieder schließen. Ja, die Kiste ist weiterhin natürlich auf mich eingeschrieben. Auch wieder C-Remove. Draufklicken und jeder könnte an die Kiste dran. Ja, das war es soweit eigentlich schon von dem Plugin. Viel mehr kann das nicht. Aber ich denke, wenn man mit mehreren Leuten auf den Server zockt und vielleicht auch zwischendurch mal Leute auf den Server kommen, die man selber nicht kennt, denen man nicht unbedingt vertraut. Und man hat womöglich auch noch Diamanten und Gold in seiner Kiste drin. Da will man natürlich nicht das andere da dran kommen. Und dementsprechend finde ich das Plugin LWC eigentlich recht nützlich und benutze es auch sehr gerne. Einfache Installation, einfache Handhabung und perfektes Ergebnis. Ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Danke fürs Einschalten.